ich hab keinen bock hinzulaufen zack ey geh weg noch abhaut ja und ab ey lass die ey du bist so dumm außerdem kann die sowieso klettern ah shit kannst du sowieso töten so ja ja immer killen hier kannst du aber einen schönen Müll einmal draus machen warte kurz nicht kaputt machen doch jude also wieder ganz machen ja jetzt warte mach mal holz rein warum dat denn mach holz rein ich sag hab ich holz hab ich holz ein holz hab ich ja ah dann mach ich halt so ich hab kein holz mehr und jetzt ja schön und für zwei sekunden weg weg das ist weg so hoch jetzt hab ich's aufgesammelt hast du bald fertig hast du bald fertig hast du bald fertig jetzt brennt der scheiß das ging jetzt auch noch tadaaa will einmal da war eine stein hast du einmal stein genau gut 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 so dann haben wir noch ein was kann ich noch machen was kann ich noch machen ich könnte auch hier noch machen zu pro-like so ich spiel mal ein bisschen vor das sieht man natürlich nicht so ein bisschen vorgespult könnte man sich eigentlich hier runter könnte doch eigentlich ne oder doch wie ging das nochmal lift das hund brennt haha du kannst so ein Fleisch mit anzünden äh Schweiß äh Schwein äh Schweiß Mensch du kannst damit auch ein Schwein anzünden dann kriegst du ein gebratenes Fleischstückchen da weischt 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 so passiert bei einer Kuh dann kippst du gefraternes Leder oder was aber jetzt gleich sie ist am brennen oder besser gesagt zwei will die mich jetzt nicht verarschen ist doch beides übereinander ja du total verarsche frägt der Munger ist das oder so ist das hier ne also nochmal hä äh äh okay vielleicht so äh lift down und mal gucken geht noch nicht ja wirklich ja und wie geht's ich bin da drunter ja ah lol so hoch lift ab will der mich verarschen gerade jo bist du ruhig lift ab ab hoch ab geht ne irgendwie sag bloß noch nicht fertig mach mal ein kann ich einfach zaubern oder was doch jetzt hast du die ganze holze verbraten was ich jetzt brauche was ich jetzt brauche muss ich jetzt anverfinden ja ja ich hab schon noch jetzt brauchst du auch nicht mehr erstmal lift down ja das geht auf ihm mal voll die verarsche muss man an der wand platzieren Spam 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 oh oh ja da steht da was mhm kk low muss ich an der wand platzieren also das ist total low total übelts oh wachsen wieder hoch so unser kleines was ist das eigentlich für ein Haus Strandhaus wägli was ist das eigentlich ein Strandhaus k a k a nimm ja auch k a ey deine Laune du wägli das muss ich aber noch verändern na du kannst auch CR Cobalt benutzen ne ja steht schon klar ne Burgraben so und was wirst du jetzt machen Weckli was für eine spannende Reise wir haben jetzt wieder mal was gemacht gell ja total viel ne also irgendwie fällt dir aber auch nur stein oder kann man dann noch machen hier so äh back from the dead mit ah ich kann nicht wiederbeleben warte mal ey warte bleib nicht mach nicht wiederdings respawn gucken gucken geht das machen wir respawn Psyche es ging ja Second Show ist das jetzt respawn mach halt äh geht nicht voll die vorsch voll die vorsch okay komm wieder also komm wieder doch geht doch hä was hast du jetzt gemacht äh was eine schaufel die war fast leer die ist jetzt wieder voll das player isn't dead komisch und hab ich die schaufel eingesammelt nö nee ich hab sie immer noch aber ich hab irgendwann eingesammelt achso zucker kacke da hinter dir nimm mal das mein feuerzeug ist auch wieder voll ja verpackt halt ach nehm ich halt komisch zumindest wirklich hab ich dir noch was gutes getan pfff cooles tee kann man noch machen hier ey ey mein leid du kann man hier auch machen ich kann nicht kill nochmal ich kann hier irgendwie noch mal killen aber es geht anscheinend nicht also ist die singe richtig so laut Den ganzen Tutorial Kann man nicht machen Ah, zwei Hunde Zwei Hunde, ups Warte mal Was? Aua Was machst du denn da schon wieder? Hä? Hä? Habe ich doch Voll verarsche Mame So Keine Attack Oh Gott Was? Begley, du Arsch Mach Gott mal aus Hä? Was? Hm? Wie geht das? Äh, Slash God Mode Stimmt's ja eh nicht Ich kann nicht trotzdem killen damit Irgendwie Wenn ich Kill Player eingebe Richtig schön Ich seh dich irgendwie gar nicht auf dem Bett Voll auch Kacke ey Gibt's nicht So, machen wir wieder Pause und dann haben wir ordentlich was geschafft heute, ne? Ja Total viel Und wir sehen uns in den nächsten Parts von Minecraft Und Und Äh Tschüss Ja, tschö Nee, musst du ein Schuss sagen, wirklich Von Minecraft Tschö Ja Tschüss Ja, ist gut Ja, nimm so schön zu sehen